Hey dann und YouTube, das war zum Partner G2A, Link ist in der Beschreibung, wo ihr günstige PC Game Keys kaufen könnt. Es ist auch gerade wieder mal der Weekly Sale und was gibt es sonst noch für News, außer dass heute ab 19 Uhr der Livestream ist, wenn ich ein bisschen heimziehe. Ansonstigen depressiven Sachen, das ist nicht wahr, wir haben vorher gerne im Chat. Champagner duschen für alle, es ist grandios. Ne, was ich noch zusätzlich erwähnen wollte, Until Dawn kam mir die ganze Woche nicht per Post an. Jetzt, heute habe ich Probleme mit der Aufnahme, zuerst waren die Dateien, 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 Dateien. Die Aufnahmen halt defekt. So, dann kam hinzu, dass er, dass die PS4 einen Crash hatte, also das Spiel ist abgestürzt, dadurch ist die PS4 dann gecrashed. Jetzt will er wieder alles nochmal, jetzt hier irgendwas runterladen, was aber nicht funktioniert, da ich den Download babysitten muss, da er alle 2, 3 Minuten oder 5 Minuten den Download abbricht. Dann muss ich die Verbindung überprüfen, dann sagt der DNS-Ära. Ja, es, ich flippe hier zusätzlich aus mit Until Dawn, da sind die Infos dazu, hätte ich eigentlich schon seit einer Woche spielen können, wenn die Götter es mir erlaubt hätten. Aber, im Moment ist nichts, wie gesagt, jetzt ist hier irgendeine Update-Datei zum Babysitten, die will und will nicht weitergehen. Oder sonst eben der Crash. Wir werden sehen, wann das kommt. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für euer Verständnis. Love you long time, vielleicht sehen wir uns auf Twitch heute Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.